Wir zeigen Ihnen bei uns ja immer wieder tolle Apparate und Techniken, wie Sie Fotos machen können. Das ist immer eine hochgestochene Auflösung. Aber was nützt das beste Foto, wenn Sie keine Technik, keine Software haben daheim, um das so richtig zu bearbeiten? Denn Sie wollen ja aus Ihrer wunderbaren Aufnahme von Ihrem Freund, von Ihrer Freundin, von Ihrer Landschaft natürlich das Beste rausholen. Vielleicht war das Wetter nicht gerade das Besondere Beste oder die Lichtverhältnisse waren nicht die richtigen. Und da haben wir genau für Sie hier das Richtige. Andreas und ich haben für Sie nämlich bei uns im Softwareschrank gekramt. Und was haben wir rausgeholt? Wir haben das Photo Impact X3 herausgeholt, denn das kennen sich ja alle. Sie machen im Urlaub hunderte von den schönsten Fotos, packen die auf den Rechner und dann werden sie vergessen und nie wieder angeguckt. Dabei kann man noch so viel draus machen. Gucken wir mal rein. Ich habe das Programm hier schon gestartet. Das Coral Ulead Photo Impact X3 Coral ist Ihnen ja bekannt. Das ist eine Firma, die seit langem besteht. Schon in meinen PC-Zeiten habe ich damit schon gearbeitet. Jetzt starte ich einfach mal hier auf ein neues Fotoprojekt. Ja. So. Und jetzt kann ich auswählen zum Beispiel Grußkarten. Oder hier sehen Sie es, DVD-Etiketten, Collagen, Comicschips. Ich wähle einfach mal eine Grußkarte aus. Hier, damit bekomme ich eine Vorlage. Ich denke mir, ach ja, so eine schöne Grußkarte und gehe hier oben auf Anpassen und kann nun eigene Fotos da hineintun. Das heißt, hier habe ich die schon alle in meinem Ordner kopiert. Ich habe hier zum Beispiel ein schönes Gänsebild. Das ziehe ich einfach hier, Sie sehen das, hier rüber in die kleine Briefmarke. Ja, passt. Ich kann es hier, das Verschieben, den Bildausschnitt, kann es auch noch ein bisschen größer machen. Einfach hier hochziehen und hier ist die Gans jetzt schön in der Mitte der Briefmarke zu sehen. Als nächstes vielleicht hier noch ein schönes Kinderfoto in die Mitte rein. So, das sieht auch ganz herzallerliebst aus. So, außerdem hier noch ein anderes Foto rübergezogen. Genau. Und hier, na, jetzt macht es automatisch, ich will es ziehen. Ah, jetzt geht es, genau. So, dann kann ich den Titel eingeben. Hier markiere ich einfach die Buchstaben. Sie sehen, es ist ganz einfach. Und schreibe zum Beispiel Grüße aus, naja, Freiburg. Sieht zwar anders aus. So, dann ist die Karte schon fast fertig. Ich gehe hier oben auf den nächsten Reiter Ausgeben. Und dann kann ich das alles einfach entweder speichern oder per E-Mail verschicken. Hier oben, Sie sehen es, im Bild links. Oder einfach ausdrucken und per Post verschicken. So, das ist die klassische Grußkarte. Ich kann aber auch eine andere Vorlage nehmen und zum Beispiel einen Kalender machen. Was ja ein sehr, sehr beliebtes Geschenk ist, gerade für die Großeltern mit Kinderfotos. So, ich gehe mal kurz runter und suche den Kalender. Hier haben wir ihn schon. Nein, es ist kein Kalender. Es sind über 200 Vorlagen gespeichert. Hier sehen wir schon DVD-Cover und CD-Hüllen. Ich muss da kurz runterscrollen zu den Kalendern. Hier sind Collagen zu sehen. Ja, Sidney wird schon nervös, weil er nichts sagen kann. Er geht schon raus, wie habe ich das Gefühl. Ach, da bin ich wieder. Machen wir doch mal zum Beispiel eine Collage. Du kannst definitiv Collagen machen. Du hast natürlich auch gedacht, Kalender können wir machen. Wir sind hier wirklich in der Gestaltung frei. Wir haben mehr als 200 anpassbare Vorlagen in diesem wunderbaren U-Lead-Programm. Und natürlich auch eigene DVD-Menüs. Also auch intuitive DVD-Menüs, die Sie hier zu Hause dann auf Ihrem DVD-Player richtig schalten können. Mit Grafik, mit Animationen teilweise auch dabei. Also das ist nicht nur was Statisches, sondern auch in bewegter Form kann ich mir das schön hier zurecht machen. Außerdem kann ich natürlich auch Bilder bearbeiten. Das heißt, wenn Sie ein Foto gemacht haben, wo Sie denken, naja, da ist die Beleuchtung nicht ganz so schön. Ich muss mal kurz hier beenden und zum Bearbeitungsmittel. Genau. Oder eben, ich möchte das noch zuschneiden. Dann kann ich das auch machen. Wir gucken mal ganz kurz rein. Ich bin hier jetzt gerade in der Express-Korrektur. Dann öffne ich ein Foto. Was heißt denn Express-Korrektur? Das heißt, ich kann mit einem Klick einfach schon das Bild optimieren. Jetzt öffne ich hier ein Bild. Moment. Hier. Das hier zum Beispiel ist ein bisschen dunkel geworden. Sie sehen, ich habe eine ganz schöne Vorher- und Nachher-Ansicht. Was ist Vorher, was ist Nachher? Links ist die Vorher-Ansicht und jetzt nachher werde ich es verändern. Das heißt, ich bin hier zum Beispiel auf Allgemeine Belichtung. Ja. Ich kann einfach mal hier raufklicken auf eine Voreinstellung. Und schon ist das Bild einfach viel heller geworden. Ich kann das natürlich auch per Hand machen. Die Helligkeit hier oder den Kontrast einfach hier ein bisschen hochziehen. Und schon, das war ein bisschen viel jetzt, habe ich ein ganz anderes Bild. Wenn Sie das mal vergleichen, haben Sie noch schon viel aus dem Bild rausgeholt. Es ist natürlich, wie du sagst, Express ganz einfach, wenn ich hier natürlich hier diese schon vorgefertigten Werte, kann man ja nicht sagen, oder? Ist das eigentlich schon vorgefertigt, wenn ich hier auch... Das sind Presets, ja. Das sind Presets. Also wenn ich draufklicke, kommt schon ein Wert und ich kann sagen, ob ich das möchte oder nicht. Und kann da nochmal reingehen und das auch nochmal verändern. Bild verwalten, beziehungsweise bearbeiten, präsentieren. Ich habe ja auch hier, kann ich ja auch schon wirkliche Bilderpräsentationen machen. Ich kann Diashows machen, so mit verschiedenen Überblendeffekten kann ich alles. Ja, wie gesagt, da kann ich also wirklich auch ins Bewegt-Medium gehen mit der Software hier wunderbar. ULIT Photo Impact X3. Wir haben natürlich auch einen Preis dazu, der ganz wichtig ist, denn wir alle denken bei solchen Funktionen, da gebe ich natürlich für so eine Software bestimmt im 50 Euro Minimum aus. Das ist nicht hier bei uns der Fall so. Wir haben hier einen Preis, wenn Sie mal schauen wollen, unter 15 Euro. Und wenn Sie ganz genau hingucken, dann sehen Sie auch die Bestellnummer. Das ist nämlich die PX 4587569. Da haben wir auch nochmal PK. Entschuldigen Sie bitte, ich habe mir das K als X aufgeschrieben. Das sollte mal basieren, darf aber nicht. Da ist auch die Grafik, hier haben wir es nochmal. So kommt es bei Ihnen zu Hause, das ist der Karton. Und hier, wie gesagt, die Bestellnummer PK 4587569. Genau. Über 200 Stile für Collagen, für Kolender, für Großkarten. 200 ist schon eine Menge, da muss man sich richtig durchwursteln. Du hast ja jetzt das Programm ja auch gerade frisch, mehr oder weniger in den letzten Stunden auch bekommen. Wie ist denn so die Einarbeitung in das Programm? Hattest du das Gefühl gehabt, dass man sich da gut und leicht einarbeitet? Oder hat man 200 Effekten? Da muss man doch wirklich viel Technikahnung mitbringen oder nicht? Aber ich meine, ich habe heute, wie gesagt, du hast es richtig gesagt, zum ersten Mal gesehen und ich habe mich sehr schnell eingearbeitet. Der Workflow, so heißt es, wenn ich also mit den ganzen Klicks und so, ist sehr einfach. Das Programm ist intuitiv zu verstehen. Das heißt, die ganzen Buttons sind selbsterklärend. Das ist gut. Ich gehe auf Farbsättigung, weiß, okay, hier kann ich den Regler noch runterstellen. Ich kann hier ganz einfach ein Schwarz-Weiß-Bild rausmachen. Es ist ja in Deutsch und letztendlich steht dann auch wirklich an jeder Schallfläche dran, was es ist. Also Farbsättigung ist für uns ein Begriff Bildschärfe. Macht sich eigentlich auch klar, was das bedeuten soll. Kompatibel ist das Programm einmal für Windows XP und für Vista. Also da bin ich eigentlich ganz gut dabei. Das sind eigentlich noch die meist und gängigsten benutzten Betriebssysteme. Und da liegen Sie eigentlich auf der richtigen Seite, wenn Sie hier unser wunderbares ULIT Photo Impact X3-Paket bestellen. Für unter 15 Euro, wie gesagt, und die bestellen nochmal nochmal PK 458756901805151 und dreimal die zwei, das ist unsere Telefonnummer, da rufen Sie an, wenn Sie unseren ULIT Photo Impact X3 haben möchten. Das ist jetzt nochmal, was hat mir aufgeschrieben hier, das hat mich nämlich nicht merken können, RAW. Was heißt denn hier RAW-Dateiunterstützung? Viele Fotoapparate, gerade diese hochteuren Spiegelreflexkameras, aber auch schon viele spiegellose Systemkameras haben die Möglichkeit, Fotos im RAW-Format abzuspeichern. Wenn Sie Fotos im RAW-Format abspeichern, haben Sie hinterher die Möglichkeit, viel mehr daran zu bearbeiten. RAW heißt ja jetzt, wenn ich es einfach jetzt übersetzen würde, RAW, also mehr oder weniger unbearbeitet, unkomprimiert. Naja, es ist unkomprimiert und dann haben Sie halt die Möglichkeit, noch am Weißabgleich zum Beispiel zu hantieren. Sie können also die Farbgebung des Fotos in eine ganz andere Richtung verschieben. Sie können aus einem warmen Sommerbild eine sehr kalte Note hereinbringen. Sie können aber auch die Belichtungszeit verändern. Das heißt, Sie können, wenn Schatten sind, die Schatten auffällen, sodass auch dunkle Bereiche innerhalb des Bildes gut zu erkennen sind. Okay, okay, das macht Sinn, das macht Sinn. Also da bin ich wirklich richtig gut dabei. Für unter 15 Euro Coral ULead Impact XX3, das wunderbare Wunderprogramm. Fast schon, ja, ein Alleskönner. Ja. Ein Alleskönner direkt hier von uns bei Pearl TV. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Da gucken Sie nochmal, so sieht er aus, der Karton. Und ich würde sagen, also zum Verwalten, zum Bearbeiten und zum Präsentieren Ihrer Fotos, aber auch für Ihre Diakolagen oder, wenn Sie auch wirklich möchten, ein DVD-Menü anzulegen, das können Sie hiermit machen. Also schauen Sie mal rein ins Programm und ich wünsche Ihnen eine Menge Spaß damit. Andreas, du doch auch, oder? PK 45 87 569. Genau. Genau.